Um herauszufinden, welche für dich relevanten Vorlesungen und Seminare die HHU dieses oder kommendes Semester anbietet, solltest du einen Blick ins Vorlesungsverzeichnis werfen. Wie du dich darin zurecht findest und wie du dir damit deinen Stundenplan erstellst, erklärt dir deine Fachschaft in der Ersti-Woche. Deshalb hier nur das Wichtigste. Du findest das Vorlesungsverzeichnis auf hhu.de Studium Studienorganisation Vorlesungsverzeichnis. Alternativ erreichst du es auch über lsf.hhu.de. Als erstes loggst du dich hier mit deiner Unikennung ein. Dann wählst du oben rechts das entsprechende Semester, dessen Vorlesungen du angezeigt bekommen willst. Gehst dann auf Veranstaltungen und Veranstaltungsverzeichnis. Wähle deine Fakultät, dein Fach oder Institut und dann eine Veranstaltung. Hier siehst du wann und wo sie stattfindet, wer sie leitet und vieles mehr. Und hier kannst du dich für die Veranstaltung anmelden. Wir empfehlen dir aber die Veranstaltung zunächst nur vorzumerken. So landet sie in deinem persönlichen Stundenplan. Dort findest du alle deine vorgemerkten Veranstaltungen und siehst auf einen Blick, welche sich überschneiden. Dank dieser Übersicht kannst du dann bequemer entscheiden, für welche Veranstaltungen du dich letztendlich anmelden möchtest. Worauf du noch achten solltest, wenn du deine Lehrveranstaltungen auswählst, erfährst du ebenfalls in der Erst die Woche. Solltest du diese verpasst haben oder dich erst später eingeschrieben haben, wende dich bitte direkt an deine Fachschaft. Solltest du diese Veranstaltung, wenn du deine Lehrveranstaltungen auswählst, erfährst du meine Lehrveranstaltungen und siehst du deine Lehrveranstaltungen auswählst. Solltest du diese.